die leute hier sieht auf jeden fall das sind die verlosungen abo traden halt so wenn ihr reinkommen wollte da kommt einfach rein und ja wie ihr seht sehr viele waffen die ich verschenke ich und material die werden auch verschenkt krass kurz mein also ja die sachen werden alle verschenkt